Was soll das? Was soll die Scheiße? Fünf AP. Doch, doch, das Spiel ist genial. Ja, eigentlich war das ja klar. Doch, natürlich. Guck mal, ob da runter geht. War jetzt schon einer oben? Nein. Okay, ich habe ihm fünf AP abgezogen. Guck, Mädels. Fünf verfickte AP, Mann. Das ist halt ein verfickter